Ausspracheübung 9 Um 15 Uhr 53 Wann fährt der nächste Zug nach Köln, bitte? Um 12 Uhr 35 Wann kommt der Zug in Köln an? Um 15 Uhr 53 Neuss 9 9 Uhr Heute Heute Nachmittag Wann ist das Telegramm da? Wahrscheinlich heute Nachmittag Wann machen die Geschäfte auf? Zum Teil 8.30 Uhr Zum Teil 9 Uhr Zum Teil 9 Uhr Untertitelung des ZDF